Wo ist mein Obst? Nüsse habe ich. Da kommen sie ja im Mittelalter, aber konnten sie sich das noch leisten, Obst und Nüsse. Und leckere Korinthen. Die einen könnte dem anderen schenken. Was sind denn eigentlich Korinthen? Ostrusin. So, fertig. Ostrusin. Ich habe übrigens Freude eins veressen, mir einen Schorn zu wünschen. Jetzt halte ich nicht so lange daran auf. Rosinetten. Wie die da heißen? Da heißen die einfach Korinthen von Nestle. Das ist wieder witzig für uns jedenfalls. Die Westle. Witzig. Amen. Hahaha. Hahaha